Bevor das Video startet, tut mir doch bitte den Gefallen und abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar für den Algorithmus da, damit ich auch weiter Harry Potter Videos für euch produzieren kann. Und bitte schaut das Video auch zu Ende, selbst wenn ihr mein Gelabern nicht hören mögt. Schaltet mich einfach auf Stumm, denn das hilft dem Algorithmus sehr. Und da wir schon bei dem Thema etwas tun sind, wie viel kostet eigentlich Hogwarts als Schüler, beziehungsweise wie viel ist nötig, damit ein Schüler Hogwarts besuchen kann? Im heutigen Video werden wir gemeinsam in die faszinierende Welt von Harry Potter eintauchen und darüber sprechen, wie viel Geld es kosten würde, ein Schuljahr in der Zauberschule Hogwarts zu verbringen. Wir alle haben uns sicherlich schon einmal gewünscht, einen Brief von Hogwarts zu erhalten, aber lasst uns mal sehen, wie viel es tatsächlich kosten würde, dort hinzugehen und ein Schuljahr dort zu verbringen. Und eins kann ich euch sagen, es ist nicht ohne, was die Kosten angeht. Bevor wir loslegen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass Hogwarts und die Zaubererwährung Galleon natürlich rein fiktiv sind. Meine Berechnungen basieren auf den Angaben von J.K. Rowling, die eine Umrechnung von Galleon in echte Währungen vorgenommen hat. Beginnen wir mit dem ersten Teil, dem Stein der Weisen. Dort erhält Harry oder auch jeder andere angesehene Zauberschüler von Hogwarts die Liste mit allen Dingen, die er für sein erstes Schuljahr in Hogwarts benötigt. Auf dieser Liste stehen viele Dinge, zum Beispiel ein Zauberstab, Lehrbücher, ein Zauberkessel, ein Teleskop, gläserne Fiolen, eine Eule bzw. ein anderes Haustier und natürlich der Zaubererumhang sowie weitere Klamotten. Dies wurde wie gesagt einmal von J.K. Rowling in US-Dollar ausgerechnet. Die Beträge sind wie folgt. Zauberstab 42 US-Dollar, Lehrbücher 91 US-Dollar, Zauberkessel 105 US-Dollar, Teleskop 35 US-Dollar, gläserne Fiolen 21 US-Dollar, Eule 140 US-Dollar, Zaubererumhang und andere Klamotten 576 US-Dollar. Wenn wir diese Kosten zusammen addieren, kommen wir auf etwa 1010 US-Dollar. Aber das sind ja auch nur die Gegenstände, die man für den Schulbesuch an sich braucht. Wir dürfen bei den Kosten nicht die Schulgebühren vergessen. Diese sind nämlich recht hoch. Das Durchschnittsschulgeld bei den besten britischen Internaten, mit denen Hogwarts mithalten könnte, beträgt rund 42.000 US-Dollar pro Jahr. Wenn wir diese Kosten hinzufügen, kommen wir auf einen Gesamtbetrag von etwa 43.000 US-Dollar, die ein Schuljahr in Hogwarts kostet. So viel verdienen Leute nicht einmal im Jahr und das ist ganz schön belastend, wenn man bedenkt, dass dies nur ein Kind betrifft. Es ist nicht hundertprozentig klar, ob diese Informationen der Wahrheit entsprechen oder ob die Kinder mit Stipendium einfach gratis nach Hogwarts können, was die Schulgebühren angeht. Es gibt viele Leute, die davon ausgehen, dass das Zaubereiministerium die Schulkosten der Schüler übernimmt. Aber einen klaren Beweis dafür gibt es auch nicht. Es gibt eine Szene im Film, wo Vernon Dursley zu Hagrid sagt, dass er keinen alten Spinner dafür bezahlt, dass Harry Zauberei beigebracht wird und das ist eigentlich der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist dies nur noch unserer Fantasie überlassen, was wir wirklich glauben. Die Preise und die Zaubererwelt sind reine Fiktion, aber das hindert uns nicht daran, uns von der Magie dieser Harry-Potter-Geschichten verzaubern zu lassen. Falls du noch Fragen haben solltest oder du eine andere Meinung vertrittst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Kommentar für den Algorithmus zu schreiben. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.